Effera Angelico, geboren als Guido di Pietro, war ein Maler der italienischen frühere Nessos. Vasari sagte in Levi de Piu e Calenti pittori sculturi et architettori. Effera Angelico sei mit einem raren und ausgezeichneten Talent ausgestattet. Er ist auch als Ilbito Angelico bekannt, seine Zeitgenossen kannten ihn als Effera Giovanni da Fisole. In Vasaris Biografie wird er schon als Effera Giovanni Angelico bezeichnet. Fisole wird manchmal fälschlich als Teil seines richtigen Namens interpretiert. Es ist tatsächlich der Name der Stadt, in der er seine Profess ablegte. Dieser Zusatz wurde benutzt, um ihn von anderen Ordensbrüdern unterscheiden zu können, die Giovanni genannt wurden. Schon zu Lebzeiten oder kurz darauf wurde er außerdem Ilbito genannt, was sich auf seine Art der Darstellung christlicher Ikonografie bezieht. Papst Johannes Paul II. sprach Effera Angelico 1982 selig. Er ist der Schutzpatron der christlichen Künstler. Im Martyrologium Romanum wird er als Beatus Johannes Fesulanus Cognomento Angelicus bezeichnet. Leben Effera Angelico wurde als Guido di Pietro in Vicchio im Mugello in der Toskana nahe Fisole geboren. Seine elterliche Abstammung ist nicht überliefert. Das früheste erhaltene Dokument, das ihn erwähnt, ist auf den 17. Oktober 1417 datiert, als er, noch unter dem Namen Guido di Pietro, einer religiösen Bruderschaft beitrat. Dieses Dokument gibt auch wieder, dass er schon damals Maler war. Eine Tatsache, die auch durch zwei Bezahlbelege von Januar und Februar 1418 bezeugt wird. Ausgestellt für verrichtete Arbeiten in der Kirche Santo Stefano del Ponte. Das erste Zeugnis von Angelico als Ordensbruder des Dominikaner Ordens stammt von 1423. Dort ist von ihm erstmals als Effera Giovanni di Rede. Effera Angelico erhielt anfänglich eine Ausbildung als Illuminator und arbeitete wahrscheinlich mit seinem Bruder Benedetto zusammen. Der ebenfalls Dominikaner war, sein Lehrer ist unbekannt. Teilweise wird eine Ausbildung bei Stanina und Beeinflussung durch die Arbeiten Masolinos und Masaccios angenommen. Lorenzo Manaco mag ebenfalls zu seiner Ausbildung beigetragen haben. Die gotische Sieniser Schule prägte seine Formensprache. Er hatte mehrere wichtige Aufgaben in den Konventen, in denen er lebte, was sein künstlerisches Schaffen jedoch nicht einschränkte. Basari zufolge waren die ersten Werke des Künstlers ein Altar retabel und ein bemalter Lettner für die Carthäuser Kirche in Florenz. Beides ist nicht erhalten. Zwischen 1408 und 1418 lebte er im Dominikaner Konvent zu Cortona, wo er in der Kirche freskierte. Seine dortigen Arbeiten sind jedoch nicht erhalten. Zu Beginn der 20er Jahre des 15. Jahrhunderts siedelte er um in das Kloster San Domenico in Fisole und richtete dort seine Werkstatt ein. Aus dieser stammt das Polyp Tychon für den Hochaltar von San Domenico in Fisole. Das Kloster San Marco in Florenz, in dem Erfera Angelico längere Zeit lebte, besitzt mehrere Manuskripte, von denen man annimmt, dass sie ganz oder teilweise von seiner Hand stammen. Die Zellen und Kreuzgänge von San Marco wurden zu einem großen Teil von Erfera Angelico mit Bildern ausgemalt, die der Andacht und inneren Einkehr der Mönche dienen sollten. Das Kloster ist heute größtenteils ein Museum. 1445 malte er Fera Angelico für Papst Eugen IV. in der Kapelle des Santissimo Sacramento und für dessen Nachfolger Nikolaus V. 1447 bis 1449 unter Mithilfe von Benotzo Gozzoli die Fresken in der Capella Nicolina. 1452 kehrte er zurück nach Rom, wo er am 18. Februar 1455 starb. Sein Grab befindet sich in der Kirche Santa Maria Sopra Minerva in Rom. Werke Nach 1424 Kreuzabnahme, Zentralbild des Altars aus der Capella Strozzi, Santa Trinita, Museo di S. Marco, Florenz. 1425 bis 1430 Hochaltar Bild in S. Domenico in Fisoli National Gallery London 1433 Altar der Leinweber, Museo di S. Marco, Florenz. 14XX Verkündigung, Museo di O. C. Sano Cortona 1438 bis 1440 D. H. L. L. Cosmas und Damian befreien den Prokonsul Lysias von den Dämonen Alte Pinakothek München. Verweise Pinakothek Giorgio Vasari Lives of the Artists Erstmals 1568 veröffentlicht Penguin Classics 1965 Andrea del Sato, Raphael und Michelangelo wurde von ihren Zeitgenossen ebenfalls so genannt. Da ihr Können als besonderes Geschenk Gottes betrachtet wurde, Werner Conil, Bito Angelico e Battista di Biagio Sanguigni. Revista Date, V. 207 bis 221 Stefano Orlandi, Bito Angelico, Monografia storica della vita e delle opere con un appendice di nuovi documenti inediti. Florenz. Leo S. Olchi Editore, 1964 John Spike, F. Herra Angelico Firma, München 1997 ISBN 3-7774-75300-S Justinem 4-1-307-207-807-296-1-24-7-75-76-808-336-85-545-787-807-8318-307-258-777-355-785-788-168-85-7888-8-1588-807-1000-255-787-5888-329-600-7888-307-755-6888-1007-50007-7888-6888-9888-465-7-8888-1-8888-8-ищen,